Apple hat neue iPads vorgestellt und tatsächlich mache ich mal ein Video. Ja, für Cupertino, da raffe ich mich auf. Ich glaube, das wird richtig spannend heute, denn das ist ein besonderes Video. Viel Spaß. Ja, heute werde ich mal für euch nicht nur die neuesten iPads mir genauer anschauen, sondern natürlich auch den neuen M4 SoC, den Apple zum allerersten Mal überhaupt in ein Gerät verbaut. Und obendrauf haben die auch noch eine neue Tastatur für die iPads vorgestellt und auch noch einen Apple Pencil Pro. Das heißt, wir nehmen das alles haargenau auseinander, nur hier bei mir auf meinem Kanal mit allen Spezifikationen, die für euch wichtig sind. Bullshit. Vergesst das mal ganz schnell. Das werde ich nämlich genau nicht tun. Nicht, weil ich jetzt um Mitternacht Taipei Zeit, wo ich das nämlich aufnehme, viel zu faul geworden bin. Nein, überhaupt nicht. Es werden aber hunderte, wenn nicht sogar tausende Videos über die verschiedensten Social Media Kanäle gespielt werden über dieses Apple Event. Ich möchte mit euch ein bisschen rauszoomen und hier und da natürlich über Features reden, aber ein bisschen mehr Big Picture. Denn dieses Event, was wir heute gesehen haben, ja, das zeigt auch so ein bisschen, wohin die Reise mit Apple geht. Aber an welchem Punkt ihrer langfristigen Strategie sie angelangt sind. Also wenn ihr darauf keinen Bock habt, dann guckt euch die Spezifikationsfeuerwerke an. Wenn ihr ein bisschen verstehen wollt, wohin die ganze Nummer läuft und wie smart das eigentlich alles ist, dann würde ich mich natürlich freuen. Wenn ihr dranbleibt, mir einen Daumen nach oben gebt, aber auch einen Kommentar. Und ja, lasst uns mal kurz einsteigen. Hab euch mal ein bisschen was mitgebracht. Das ist das allerallererste iPad. Das kam 2010 raus. Das ist tatsächlich das iPad von der Joanna Stern, die jetzt beim Wall Street Journal arbeitet. Ich hab's ihr dann irgendwann mal abgekauft, als ich in New York war, weil ich mir dachte, meine Güte, sie braucht das nicht. Ich hab's ein bisschen günstiger bekommen, also nutze ich das jetzt weiter. Es funktioniert tatsächlich noch. Ich glaub, da ist iOS 5 drauf. Nutzen könnt ihr es mehr oder weniger überhaupt nicht. Guckt euch mal an, was das für ein... Hallo, Fokus, Fokus, Fokus. Wir lassen das mal mit dem Fokus. Guckt euch mal an, was das für ein Brummer ist. Und dann vergleicht ihr... Guckt mal, das Pro ist auch noch eingepackt. Das ist natürlich viel, viel... Ein bisschen dicker jetzt. Oder auch nicht. Nee, ist es tatsächlich nicht. Es ist vor allen Dingen leichter. Es hat einen viel größeren Screen. Fast einen 3-Inch größeren... Es hat einen mehr als 3-Inch größeren Screen. Es war 9.7-Inch mal das allererste iPad. Da sind wir bei fast 13, also 12.9 angelangt. Dazwischen liegen... 12 Jahre? 13 Jahre. Das ist also das Pro mit dem M2-Prozessor. Und parallel dazu habe ich auch noch das letzte iPad Mini. Und parallel dazu habe ich auch noch ein Air. Also den Laptop auch mit dem M2, den ich unterwegs nutze. Plus dazu habe ich auch noch hier auf der Seite ein Mac Mini mit dem M2 Pro. Nun, was will der gute Mann uns damit sagen? Was sich in den letzten 14, 15 Jahren bei Apple entwickelt hat. Gehen wir noch ein bisschen weiter zurück. Was sich in den letzten 17 Jahren entwickelt hat mit dem ersten iPhone. Und vielleicht gehen wir sogar noch einen Schritt weiter zurück. Weil irgendwann ging es ja im ersten iPod los. Ich habe glaube ich da hinten auch noch so einen Touch liegen. Es geht ja nicht um den großen Show-off. Aber offensichtlich begleite ich das ja durchaus schon ein bisschen länger. Und was gerade in den letzten 4, 5 Jahren geschehen ist, das ist eine Welt oder eine Strategie, wo sich Apple völlig neu aufstellen musste. Zum einen runter bei den Laptops, bei den iPads vom Intel Silicon. Bei den iPads natürlich nicht. Das waren ja immer schon Apple SoCs. Aber bei den Laptops und bei den Desktops und bei den Mac Pros. Und das hast du nicht gesehen, was ja in einer gewissen Art und Weise auch Desktop sind. Runter von den Intel Chips rüber zum eigenen Silicon. Das fing dann irgendwann mal an mit dem M1. Das müsste glaube ich 2020 gewesen sein. Also berichte ich mich, wenn ich nicht die Jahreszahl genau hinbekomme. Wahrscheinlich haue ich hier und da mal ordentlich Fehler rein, aber damit kann ich leben. Das wird das Big Picture nicht ändern. Da habe ich zum ersten Mal seit fast 15 Jahren mir wieder ein MacBook gekauft, weil ich wusste, dass der Umstieg auf die Arme-Architektur auf dem Laptop alles verändern wird in Bezug auf Performance per Watt. Das heißt also, wie viel Power kann ich rausdrücken aus der Kiste und wie viel Watt verbraucht die Möhre dann währenddessen. Jetzt sind wir mittlerweile in der vierten Generation. Ich natürlich noch nicht ansatzweise angelangt. Das sind M2-Projekte, beziehungsweise hier im iPad Mini ist noch nicht mal ein M-Prozessor drin. Aber trotzdem ist es für genau das, wofür ich das iPad Mini nutze, eigentlich mehr oder weniger perfekt. Was mache ich damit? Ich lese. Da sind meine News-Apps drauf, genauso wie der Feed-Reader. Und auch Social Media. Mehr nicht. Alles andere ist runtergeschmissen. Ich stehe morgens auf, hole mir einen Kaffee. Das allererste, was ich mache, ist, ich ziehe mir alles in meinem iPad Mini rein und wenn ich etwas Spannendes sehe, dann packe ich mir das auf die Favoriten und dann verarbeite ich das in meinem Newsletter und Podcast. Das Gleiche mache ich abends, um einfach so einigermaßen auf dem neuesten Stand zu sein. Was mache ich mit der Maschine hier? Tatsächlich ist es jetzt, außer mal, dass ich da immer das No-Fi-Girl drauf habe, ist es für mich ein ganz wichtiges Social Media, E-Mail, aber auch Smart Display geworden. Das heißt, das steht auf der Seite unter meinem MacBook, denn darauf gucke ich dann über den Tag, während ich arbeite, meistens NTV, CNN oder Bloomberg, damit ich einfach aktuelle Nachrichten bekomme, aber vor allen Dingen auch Wirtschaftsnachrichten. Und ich habe entweder, nicht nur entweder, ich habe da meistens meine Inbox drauf, meine Mail-Inbox, aber parallel dazu, also es wird ein Extended Display, der Mac steuert es an, parallel dazu bekomme ich ja immer wieder Notification von iOS. Falls da was Wichtiges ist, swipe ich rüber und kann direkt darauf reagieren. Super, super, super happy mit. Und vorher habe ich das eigentlich als Laptop-Ersatz genutzt, aber ja, dann kam das eher raus und seitdem ist da die bessere Tastatur drauf, nicht unbedingt längere Akkulaufzeit, aber ich bin sehr, sehr happy. Aber ihr merkt schon, offensichtlich ist jemand, der ja immer noch gerne Android-Smartphones nutzt, ich bin ein Riesenfreund von Android, nicht nur ein Riesenfreund, ich kann kein iPhone nutzen, so what? Habt ihr es geschafft, rüber komplett ins Apple-Ökosystem gezogen zu werden? Die Folge nehme ich auf, auf einem Windows-Rechner, den ich zum Stream nutze. Mein Gaming-Rechner ist Windows. Aber wenn ich arbeite, wenn ich schreibe, wenn ich kreativ bin, dann nutze ich nur noch Apple-Geräte. Und das ist eigentlich so die beste Brücke, die ich euch rübergeben kann zu dem, was Apple heute gezeigt hat. Zum einen haben sie wieder einmal eines der besten vorproduzierten Events überhaupt aufgefahren. Und das meine ich wirklich so. Also wenn ihr euch diese ganzen Übergänge und so weiter da anschaut, was die da wieder aufgefahren haben. Es haut mich jedes Mal so ein bisschen um, zu sehen, was die können, wie viel Kreativität da drin ist und wie sie etwas zusammenbringen, wo du dich vor den großen Fernseher setzt und dir sagst, oh wow, da hole ich mir jetzt noch ein bisschen Popcorn, vielleicht ein Gläschen Weißwein oder ein Bierchen dazu und ziehe mir das wirklich so ganz in Ruhe rein, weil es auch eine Form der Unterhaltung ist. Und die Form der Unterhaltung, die dich als Tech-Interessierten, nicht in einen Tiefschlag versetzt, dass du dir sagst, oh scheiße, ja, das ist eine gute Marketing-Nummer jetzt für Leute, die jetzt unbedingt ganz, ganz schnell wieder das nächstbessere Modell kaufen sollen. Wenn ihr euch anschaut, wie so etwas vorproduziert ist, die Art und Weise, welche Personen da auftauchen, wie divers das auch in Szene gesetzt wird, die ganzen Übergänge. Aber wenn ihr euch dann nochmal anschaut, welche Möglichkeit Apple mittlerweile hat, mit Tech zu spielen und das plattform- und anwendungsübergreifend, dann wisst ihr auch ganz genau, warum Apple heute den M4 ins neue iPad Pro verbaut hat. Mal davon abgesehen, dass das Display mit dem doppellagigen OLED-Display, mit der entsprechenden Helligkeit, mit dem Case und wie dünn die ganze Nummer gebaut wurde, mit dem LiDAR-Sensor auf der Rückseite, mit diesem Doppelflashlight, was euch hilft, vernünftige Aufnahmen von Dokumenten zu machen, weil du andauert immer ihr, welche Schatten da drauf hast. Und das Ding macht jetzt einfach mal ein paar mehr Aufnahmen, stitch die dann zusammen und du hast die perfekt, das ist ja keine Aufnahme mehr, das ist ein perfekter Dokumentscan. All diese wahnsinnigen Features, die die da hineingepackt haben, größere Bandbreite natürlich vom Speicher, also performance-technisch geht es ganz weit nach oben, aber wie gesagt, zieht euch die Benchmarks bei den Kolleginnen und Kollegen rein. Mal davon abgesehen, dass sie die Möglichkeit haben, empfehlen, in ein iPad reinzubauen, das zeigt euch, wie sie jetzt in der Lage sind, als Company sich sehr punktuell auszusuchen, welche Produktserie wollen wir denn jetzt mal richtig pushen, wo müssen wir nachlegen. Und auf einmal kommen die auf die Idee, den absoluten neuen Flaggschiff-Prozessor, also bis jetzt, das ist ja nur die Einstiegsvariante, wir haben da keine Pro, wir haben keine Ultra, wir haben Pro, Max, Ultra, so läuft das ab. Das haben wir alles noch nicht gesehen, das ist dann für Laptops und Desktops vorgesehen. Aber dass sie sich aussuchen können, hey, wir nutzen den jetzt in einem Fertigungsverfahren, das war die zweite Generation vom 3 Nanometer, und den hauen wir jetzt mal nicht in ein Mac Studio rein, sondern in ein iPad rein. Weil offensichtlich, müssen wir mal ein bisschen zusehen, dass die iPad-Verkäufe wieder anziehen, richtig. Und dann fährt man das natürlich so entsprechend rüber in eine Plattform, die hier und da jetzt in den letzten Jahren bei aller Liebe nicht mehr so viele Neuigkeiten geboten hat. Ja, das sind alles immer noch iPad, aber selbst das iPad, ich habe es euch gesagt, das Mini finde ich noch sensationell. Und performance-technisch ist es ganz weit vorne. Und ich habe trotzdem die neueste Variante des iPadOS da drauf. Apple ist in dieser sensationellen Lage, genau das zu tun. Und das kann kein anderer Hersteller. Microsoft kann nicht sagen, wir nehmen mal ein Intel Core i7 oder ein Intel Core i9, den schnellsten Desktop-Prozessor, den wir haben, und den klatschen wir in ein Tablet rein. Nee, das können sie natürlich nicht machen. Apple kann das. Und obendrauf zeigen sie dir, wie wichtig das gesamte Ökosystem ist. Gucken wir uns mal die Verkaufszahlen des iPhones an im ersten Quartal. Das ging eher so ein bisschen nach unten. Aber jetzt können sie zum Beispiel mit so einem simplen Feature, in dem sie nämlich zeigen, ey Freunde, wenn ihr das neue iPad euch holt, das Pro mit dem M4-Prozessor, was so wahnsinnig viel Performance hat, und ihr holt euch obendrauf noch die neueste Variante von Final Cut Pro, dann könnt ihr etwas machen, das niemand anderes im Moment machen kann. Also zumindest nicht in so einem geschlossenen Ökosystem. Das kann ich nicht bei Samsung machen. Das kann ich nicht bei Microsoft machen. Das kann ich nicht bei Google machen. Die haben das alles nicht. Apple hat das. Und Apple hat obendrauf auch noch die Performance-Krone auf. Und das hämmern sie dir natürlich in einer Tour durch. Und Apple kann dir obendrauf noch erzählen, ach und übrigens, unsere Einstiegs-iPads, die iPad Airs, die gehen jetzt irgendwie los, weiß ich nicht, bei 5,99. Die haben jetzt einen M2-Prozessor drunter. Das heißt, dieser Top-Down-Effekt von den Prozessoren, die alle sensationell sind. Ich habe den M2 in meinem Pro drin und die Pro-Variante in meinem Mac Mini und der ist wahnsinnig schnell und ich kann da alles hin machen auf dem Desktop. Das kommt jetzt fast bei der Einstiegs-Variante an. Darunter gibt es noch eins, was unter 400 Dollar losgeht. Aber das geht jetzt in diese Air-Variante an, die jetzt auch noch mit einem größeren Display am Start ist. Das Ökosystem von Apple wird immer und immer weiter aufgebaut. Und natürlich können die mal hier und da iPhone-Zahlen bieten, die rein verkaufstechnisch jetzt nicht ganz so prickelnd waren. Auf der anderen Seite sagen die auch, Freunde, wir kaufen aber Milliarden Aktien zurück und stärken damit natürlich den Gesamtkurs. Damit ja, das macht ein Mercedes auch schon seit einiger Zeit. Die haben so viel Spielraum sich geschaffen über die Jahre, dass sie auch ein iPad-Event aufmachen können, indem sie sagen, ach und übrigens, Apple Vision Pro, wir haben so viele tolle Sachen gemacht mit Porsche und mit Hasse nicht gesehen. Und wir werden euch wahrscheinlich auf der WWDC im nächsten Monat, also Apples Entwicklerkonferenz, da noch einiges von zeigen. Wenn man rausgeht aus der Spezifikations- und Detailverliebtheit, die natürlich für uns Nerds und Geeks da draußen super spannend ist und so ein kleines bisschen rauszoomt, ich glaube, dann wird nicht nur klar, warum Apple den allerneuesten hauseigenen Prozessor heute in ein Tablet gepackt hat, aber wohin weiterhin die Reise geht. Nämlich das Ökosystem weiter zu stärken, wo man weltweit Marktanteile verliert, der wichtigste Markt China, da sieht es aufgrund vor allen Dingen der chinesischen Hersteller für Apple jetzt nicht unbedingt so super aus, aber immer noch sensationell gut. Aber Tatsache ist, da verkaufen sie eine Ecke weniger. Also nimm doch die Crowd, die du hast, die Leute, die dir, weiß ich nicht, seit 20 Jahren hinterherrennen und zeig denen, was sie sonst noch vermeintlich brauchen. Und das macht Apple wie keine andere Firma. Und das ist für mich eigentlich so die Message von heute Abend, die mich wirklich sehr beeindruckt hat, zu sehen, mit welcher Leichtigkeit sie so etwas tun können. Also strategischer Leichtigkeit. Da ist ganz, ganz, ganz viel Arbeit hinter. Aber das ist nicht etwas, was vorgestern, vor zwölf Monaten oder vor 24 Monaten entschieden wurde. Das sind Entwicklungen, die irgendwann vor vier, fünf, sechs Jahren angetreten oder angestoßen wurden, wo man jetzt ganz genau sagt, okay, das ist der Punkt, an den wollen wir kommen. Der Punkt, wo wir nicht nur die Performance per Watt technisch besten Prozessoren, effizientesten Prozessoren auf diesem Planeten bauen, sondern wo wir uns dann aussuchen können, über welche Produkte wir sie streuen und wann. und welches Produkt wir wieder mit den neuesten, effizientesten SoC füttern und damit pushen wollen. Das war für mich heute die Botschaft von dem Apple-Event. Ich bin gespannt, was ihr davon haltet und ob euch das gefallen hat oder ob das jetzt einfach wirklich zu simpel für euch war, überhaupt so ein Video zu machen. Gebt mir einen Daumen nach oben. Ansonsten Podcast gibt es dreimal die Woche. Nein, zweimal die Woche. Dreimal die Woche zusammen mit Tech-Launch natürlich, zusammen mit Don Dahlmann. Aber zweimal die Woche auf www.metacheles.de und da könnt ihr auch den Newsletter abonnieren und unter t.ly slash paypal könnt ihr mir ein bisschen was in die Currywurstgasse packen. In diesem Sinne, eine Frage noch beantworten, ganz zum Schluss, werde ich mir jetzt ein neues iPad kaufen? Nö, ich bin super happy damit. Ich glaube, rein desktop-technisch kann es interessanter werden, weil ich habe ja in Dortmund eine neue Wohnung, da muss auch was stehen und wenn ein Mac Mini oder ein neues Mac Studio mit einem M4 rauskommen würde oder vielleicht dann einen günstigen M1 Ultra schießen, irgendwie sowas in der Richtung. die Kisten sind alle so unfassbar schnell, aber das, was heute vorgestellt wurde, das brauche ich von daher nicht. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und ciao. !